Wenn ihr aktuell auf Twitch unterwegs sein solltet, dann habt ihr bestimmt diesen Titel bereits schon einmal gehört. Und zwar The Cycle Frontier. Gefühlt jeder zweite meiner Follower-Liste ist gerade in dem Game unterwegs und das hat auch einfach seinen Grund. Das Game macht verdammt viel Spaß. Was also ist The Cycle Frontier? Erstmal für die Leute, die neu hier sind, ich bin der Nikolati Twistic in seiner Startzeit. Wenn euch das Video gefallen sollte, dann lasst doch gerne ein Like, Kommentar und kostenloses Abo. Da würde mich an der Stelle auf jeden Fall sehr supporten. Aber lass uns direkt mal das Video rein starten. Was ist also The Cycle? The Cycle wird produziert von einem deutschen Entwicklerstudio namens Jager, welches aktuell in Berlin sitzt. Jager ist bereits dafür bekannt, dass sie einen Titel wie zum Beispiel The Spec Ops The Line bereits produziert haben, welches dann ein Third-Person-Story-Shooter ist. Aber das sagt uns jetzt noch nicht allzu viel zu The Cycle. Im Endeffekt, The Cycle ist ein Spiel, was bereits produziert wurde, beziehungsweise schon tatsächlich einmal auf dem Markt war. Und zwar war dies original als Battle Royale geplant. Während der Entwicklungsphase haben sich die Developer tatsächlich die Stärken nochmal von dem Spiel angeguckt und sind dann im Entschluss gekommen, dass der Titel Battle Royale vielleicht doch nicht so die beste Variante ist. Wo sind wir also jetzt endlich gelandet? Im Endeffekt in einem instanzierten Survival Game. Wir haben praktisch noch die gleiche Welt vom Battle Royale, nämlich Fortuna 3. Wir haben das gleiche Setting, die gleiche Waffen. Fortuna 3 ist ein Planet am äußersten Rand der galaktischen Zivilisation. Und dieser sollte eigentlich immer komplett ignoriert werden, da er nichts großartig Besonderes ist, abgesehen von den kranken Ressourcen, die es dort auf diesem Planeten gibt. Also spielen wir praktisch ein paar Leute, die auf den Planeten gehen, um ein paar Ressourcen zu ergattern. Vom Genre her bewegen wir uns jetzt halt im instanzierten Survival Game. Das heißt also, es gibt klare Survival-Elemente, es ist praktisch ein Hardcore-Shooter, ähnlich wie zum Beispiel Hunt Shouldern und Escape from Tarkov. Allerdings gibt es hier ein paar Twists. Man muss ganz klar sagen, dass das Cycle deutlich angenehmer ist, vor allem auch um rein zu starten. Ich finde den Start in das Cycle deutlich angenehmer. Es ist leichter irgendwie klarzukommen in dem Spiel. Es wird einem ein bisschen besser beigebracht sozusagen. Und man hat das Gefühl, man kriegt nicht ganz so sehr aufs Maul am Anfang, wenn man es jetzt direkt mit Escape from Tarkov zum Beispiel vergleicht. Es gibt allerdings bei The Cycle Frontier einen grundlegenden Unterschied vom Spielprinzip. Und zwar finden wir in Hunt Showdown und in Escape from Tarkov instanzierte Raids von circa 30-40 Minuten. Also insgesamt nicht ganz so lange Instanzen, in denen wir uns da bewegen. Und wenn die Map einmal gecleared ist, ist die halt gecleared. Dann sind keine Spieler mehr drauf, spawnen vielleicht hin und wieder mal ein paar NPCs nach, aber die Spieler sind dann weg. In The Cycle ist es allerdings so, dass ein Raid sechs Stunden lang dauert. Und es funktioniert tatsächlich so, dass die Spieler immer wieder nachspawnen und ebenfalls auch der Loot und die PvE, das heißt auch die NPCs spawnen ebenfalls nach. Und somit haben wir also einen niemals endenden PvP-Drang praktisch. Man kriegt vor 30 Minuten des Raid-Endes bekommen wir eine Benachrichtigung, dass wir uns doch jetzt mal bitte aus dem Planeten wieder Richtung Frontier bewegen, also Richtung Raumschiff bewegen. Und ansonsten sind wir dann auch schon raus. Das bedeutet allerdings nicht, dass wir die ganzen sechs Stunden im Raid sein müssen, sondern wir können natürlich auch fünf Minuten Raid spielen. Wir bewegen uns direkt zu unserer Extraction Zone, die auf unserer Karte bereits eingezeichnet sind. Das ist deutlich noch mal angenehmer im Vergleich zu Escape from Tarkov. Und dort können wir dann den Raid vorzeitig beenden. Hier gibt es aktuell zwei Maps zu spielen, nämlich einmal die etwas einsteigerfreundlichere Map, Bright Sands, und einmal die etwas fortgeschrittenere Map, die einem deutlich, was PvE angeht, ein bisschen mehr auf die Nüsse geht, und zwar mehr Crescent Falls. Vom Spielprinzip finden wir auf jeden Fall einige Parallelen zu Escape from Tarkov und ein Showdown. Es gibt zum Beispiel auch einen Secure Container, den man auch tatsächlich in seinem Hideout erweitern kann. Das heißt, wir haben einen Hideout, wo man auch passiv Einkommen generieren kann, was natürlich auch Richtung Bitcoin-Farm sich dann anhört, wenn man es mit Escape from Tarkov vergleicht. Denn wenn man in diesem instanzierten Survival Game, wie in den anderen Spielen halt auch, sterben sollte, ist das hier und der gesamte Loot halt weg, bis auf die Sachen in diesem Secure Container. Dann gibt es ebenfalls ein Insurance- bzw. Versicherungssystem in The Cycle. Dadurch, dass es auch zwei unterschiedliche Währungen gibt in dem Spiel, haben wir hier auch zwei unterschiedliche Möglichkeiten, unser Gear zu versichern. Einmal können wir das mit der Währung Aurum tatsächlich versichern und damit bekommen wir dann auch unser Gear nach dem Raid wieder, wenn es kein Spieler gelootet haben sollte. Die andere Variante ist dann in dem Falle, wenn man das dann für Credits versichern sollte, dann hat man hier die Möglichkeit, einfach nur den Gegenwert vom Händler an Credits auch wieder zurückzubekommen, was in dem Falle dann, so wie es mir erscheint, deutlich günstiger ist. Da gibt es ebenfalls ein Crafting-System in The Cycle Frontier. Hier haben wir einmal die Möglichkeit, mit den Items, die wir im Raid finden, auch neue Sachen, neues Gear für uns zu craften. Das heißt also Armor, Waffen, Verbrauchsgegenstände wie Heal-Items, Granaten, alles Mögliche kann dort gecraftet werden. Und das Schöne, was man dort auch sehen kann, ist, tatsächlich kann man in The Cycle ebenfalls auch Erze abbauen, a la Minecraft, wie man es so wunderbar kennt. Diese kann man abbauen mit einem Bohrer oder einer ganz normalen Spitzhacke in dem Fall. Und diese Erze sind tatsächlich ebenfalls noch im Endgame relevant. Wie kann man also sagen, kommen wir denn zum Endgame? Im Endeffekt gibt es in dem Spiel drei Fraktionen. Für diese müssen wir Quests erfüllen und Ruf sammeln. Den Ruf und das Level bei den einzelnen Fraktionen steigert man in dem Fall, indem man einfach Items bei denen verkauft oder halt einfach ganz stumpf die Quests für diese erledigt. Im Gegenzug können wir dann uns bei den einzelnen Fraktionen besseres Gear, sei es Verbrauchsgegenstände wie zum Beispiel Heal-Items kaufen oder auch einfach Waffen kaufen, die dann halt einfach ein bisschen mehr Wumms haben. In The Cycle gibt es ebenfalls noch ein recht simpel gehaltenes Modding-System. Hier haben wir für jede Waffe noch die unterschiedlichsten Attachments, die es dann allerdings auch in der unterschiedlichen Seltenheitsstufe gibt. Das heißt also, man kann Items in einer common, also in einer wunderbaren grauen Stufe finden, bis hoch bis zur lilanen Variante. Man kennt hier diese typischen grün-blau-lila Abstufungen, wie man es aus den meisten Games halt kennt. Man nehme sich also jetzt nun diese ganzen Systeme, die ich gerade erwähnt habe, kombiniert das Ganze mit einem geilen Setting in einem Sci-Fi-Universum. Man kombiniert das Ganze dann ebenfalls mit einer soliden Performance, die echt gut läuft, mit einem Steam Audio Engine, mit einem Audio und Audiosign, was einen wirklich ins Spiel reinholt, weil man einfach absolut verwirrt ist unter anderem, was man tatsächlich zum Teil hört, weil das Audiosign echt cool gemacht ist. Man denkt, es ist Donner oder man versucht es zu identifizieren. Man ist direkt im Spiel drin, was wirklich, wirklich eine coole Atmosphäre in dem Spiel bringt und dann bekommt man das Cycle Frontier. Wenn ihr dieses Free-to-Play-Game abchecken möchtet, dann gerne auf Steam vorbeischauen. Dort findet ihr den Zugang zum Closed Beta Test. Ansonsten könnt ihr auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Dort streame ich unter anderem von Montags, Freitags, 9 bis 16 Uhr. Also wer da noch nicht ein Follow da gelassen haben sollte, würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten dort auf Twitch habt ihr ebenfalls auch die Möglichkeit Twitch-Streamer zu gucken, die ebenfalls auch Drops aktiviert haben, wo ihr dann auch den dann bekommen könnt. Wenn ihr Bock auf weiteren Cycle Frontier Content habt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, dass ihr dann nichts mehr verpasst. Und ansonsten viel Spaß in euren Raids.